Astrid Lindgren Brit-Marie erleichtert ihr Herz Gelesen von Isabel Korda Alles fing damit an, dass Mama mir ihre alte Schreibmaschine geschenkt hat Es ist ein großer plumper Klapperkasten Ein wahres Monstrum, bei dessen bloßem Anblick jeden Fachmann der Schlag treffen würde So scheußlich sieht das Ding aus Und wenn ich darauf schreibe, macht es einen Höllenlärm Mein Bruder, Svante, ließ mich wissen, was er davon hält Er fragte mich Brit-Marie, hast du schon mal darüber nachgedacht, was für ein Gefühl es ist, wenn ein Presslufthammer aufhört zu hämmern? Nein, wieso? Was soll denn die Frage? Na, weil es etwa zehnmal so wohltuend ist, wenn du aufhörst, auf diesem Ungetüm herumzuhacken Antwortete er mit einem verächtlichen Blick auf meine Maschine Natürlich ist er nur neidisch Er hätte sie nämlich wahnsinnig gern selber Nicht etwa, um darauf zu schreiben Sondern um sie auseinander zu bröseln Und dann wieder zusammenzusetzen Und danach zu zählen, wie viele Schrauben übrig geblieben sind Aber Mama hat entschieden, dass Maschine schreiben für mich nützlich sein könnte Ja, wie auch immer Jedenfalls habe ich sie gekriegt Und ich freue mich sehr darüber Aber es ist schon komisch mit Besitztümern Alles stellt Ansprüche Hat man eine Kuh, muss man sie melken Hat man ein Klavier, muss man drauf spielen Und hat man eine Schreibmaschine, muss man drauf schreiben Klar, dass ich die ersten Tage wie eine Wilde drauf loszippte Aber nichts Vernünftiges, nur dummes Zeug Bis mir allmählich aufging Was für eine irre Verschwendung von Papier das ist Wenn auf einem ganzen Bogen nichts weiter steht als Und dann die Namen aller meiner Geschwister Und dann wieder mein eigener Name In einem unbewachten Augenblick hatte Svante darunter getippt Was soll das ewige Gezeter über Britt-Marie Hackström Schreib zur Abwechslung doch mal Amanda Finkwist Eigentlich hatte er ja recht Aber das wollte ich natürlich nicht zugeben und tippte Achtung, auf meiner Schreibmaschine schreibe ich, was ich will Als ich mich später wieder an die Maschine setzte, stand da Reck dich nicht auf Mein lieber Bruder ist miserabel in Rechtschreibung Also nahm ich mich zusammen und reckte mich nicht auf Am nächsten Tag spannte ich einen neuen Bogen ein Und begann ein Gedicht zu schreiben Ein nach meiner Meinung wunderschönes Gedicht Leider kam ich nicht über die ersten beiden Zeilen hinaus Und die lauteten Ich wandle unter Sternen Versunken in tiefe Gedanken Dann musste ich in die Schule Als ich wieder nach Hause kam Hatte Svante mein poetisches Werk vollendet Und jetzt stand da Ich wandle unter Sternen Versunken in tiefe Gedanken Da werden mir die Beine müde Und ich kann nur noch wanken Außerdem hatte er darunter noch eine Ermahnung getippt Denke nicht so viel Sonst drehst du durch Mir wurde klar, dass die Maschine für dieses dumme Geplänkel mit Svante zu schade ist Also machte ich mich daran, richtig tippen zu lernen Und ich übte und übte, dass mein alter Kasten dröhnte und stöhnte Und bald konnte ich es Nach allen Regeln der Kunst Aber wozu? Meine Hausaufsätze durfte ich nicht getippt abliefern Tagebuch ließ ich nicht auf der Maschine schreiben Überhaupt habe ich für ein Tagebuch nicht viel übrig Es bringt doch nichts, sich leerem Papier anzuvertrauen Dazu braucht man doch einen Menschen Jemanden, der einem zuhört und antwortet Plötzlich wusste ich es Ich musste mir eine Brieffreundin suchen Ein Mädchen, das ich zwar nicht kannte Dem ich aber mein Herz ausschütten konnte Und das mir auch antworten würde Fast alle in meiner Klasse hatten Brieffreundinnen Sogar in fremden Ländern Ich habe mir immer vorgestellt Wie diese Briefe hin und her flitzen Und Fäden knüpfen zwischen den Menschen Und sie einander näher bringen Eines Tages rief ein Mädchen in meiner Klasse Wer will eine Brieffreundin haben? Sie heißt Kaisa Hultin Und wohnt in Stockholm Ich sprang auf wie von der Tarantel gestochen Und schrie Ich? Ich schreibe an sie Und sobald die Schule aus war Rannte ich nach Hause Setzte mich an die Maschine Und schrieb Smorstad 1. September Liebe unbekannte Brieffreundin Falls du das sein möchtest Was ich natürlich hoffe In meiner Klasse haben fast alle Mädchen Eine Brieffreundin Oder sogar mehrere Nur ich nicht Und das ist ja nicht normal Darum wirst du mich verstehen Dass ich wie ein Tiger Aus dem Dschungel vorstürzte Als Marianne Odeen heute verkündete Dass du eine Brieffreundin suchst Jemand hatte ihr Deinen Namen mit Adresse genannt Und da bin ich nun Aber ich muss mich wohl erst mal vorstellen Also Ich heiße Britt-Marie Hackström Bin 15 Jahre alt Und gehe in das hiesige Lyceum Wie ich aussehe? Mein Bruder Svante behauptet Das ist immer das erste Wonach Mädchen fragen Also Ich bin sündhaft schön Habe rabenschwarze Haare Dunkle, strahlende Augen Und eine Pfirsichhaut Was willst du mehr? Glaubst du das etwa? Na dann muss ich dir leider gestehen Dass ich nur davon träume So auszusehen Die Wirklichkeit ist nicht ganz so umwerfend Offengestanden sehe ich aus Wie die meisten anderen Mädchen auch Ich habe die üblichen blauen Augen Die üblichen blonden Haare Und auch die übliche Stupsnase An mir ist überhaupt nichts Besonderes Im Grunde bin ich ja froh darüber Denn stell dir vor Ich hätte eine besonders große Warze auf der Nase Und ganz besonders krumme O-Beine Na, danke bestens Und jetzt zu meiner Familie Doch, nein Davon erzähle ich dir im nächsten Brief Es ist ja dumm Schon jetzt alles auszuplappern Bevor ich weiß Ob du mir überhaupt antworten wirst Ich warte also Sehr ungeduldig Ich selber habe einen Schreibtick Und werde dich wahrscheinlich Mit meinen Ergüssen bombardieren Aber ehrlich Ich fände es toll Dich als Brieffreundin zu haben Schon allein deshalb Weil du in Stockholm wohnst Dann wird mir aus deinen Briefen Die Großstadt entgegenbrausen In unserem kleinen Kaff Braust gar nichts Hier plätschert alles nur so dahin Aber ich schwöre dir Wenn es bei dir braust Wird es bei mir plätschern Seite auf und Seite ab Alles Gute Liebe noch Unbekannte Kajsa Lass bald von dir hören Britt-Marie 8. September Du wolltest also, Kajsa Hurra! Ich freue mich so darüber Dass meine Finger Nur so über die Tasten tanzen Du hast mir einen so langen Und wahnsinnig netten Brief geschrieben Jetzt weiß ich also schon eine ganze Menge Über dich und deine Schwestern und Eltern Hast du Lust etwas von meiner Familie zu hören? Die ist ziemlich groß Und alle sind grundverschieden Darum lässt sie sich nicht mit Handumdrehen schildern Es wird dauern Und wenn du es dicker hast Dann schreie! Also schön der Reihe nach Das Oberhaupt unserer Familie ist Papa Er ist Direktor vom Jugendgymnasium hier Ich liebe ihn Er ist der wunderbarste Papa der Welt Das steht fest Seine Haare sind schon silbergrau Aber sein Gesicht ist noch jung Und er weiß einfach alles Er ist sehr ruhig und hat Humor Und hockt meistens in seinem Zimmer und liest Aber ab und zu widmet er sich auch seinen Kindern Er kann Lammbraten nicht ausstehen Naja, ich weiß, das ist nicht gerade eine edle Eigenschaft Aber so ist es nun mal Es gibt noch so allerlei, was er nicht ausstehen kann Zum Beispiel Lügen, Klatsch und Kaffeekränzchen Außerdem ist er unheimlich zerstreut Ich kenne keinen Menschen, der so zerstreut ist Na, höchstens noch Mama Bei solchen Eltern ist es eigentlich ein Wunder Dass wir Kinder nicht schon von Geburt an Professoren sind Zumindest im Fach Zerstreutheit Aber erstaunlicherweise scheinen wir soweit ganz normal zu sein Auch meine Mama hockt Tag aus und Tag ein in ihrem Zimmer Sie schreibt auf ihre übrigens neuen Maschine Als ob es ihr unter den Nägeln brennt Sie übersetzt nämlich Bücher Und hin und wieder fällt ihr ein Dass sie fünf Kinder zur Welt gebracht hat Und dann kommt sie mit ihrem übervollen Mutterherzen Um uns ein bisschen aufs Geradewohl zu erziehen Aber streng ist sie nie Das kann sie gar nicht sein Weil sie so vieles komisch und immer etwas zum Lachen findet Und wenn wir mal in ihr Zimmer laufen Und sie bei der Arbeit stören Verliert sie nicht gleich die Nerven Wahrscheinlich würde sie es nicht mal merken Wenn ein Zug durch ihr Zimmer rasen würde Neulich reparierten im Badezimmer zwei Klempner etwas Und das ging natürlich nicht ohne Lärm ab Außerdem saugte Alida Staub Meine kleine Schwester brüllte wie am Spieß Und mein Bruder Svante spielte auf seinem Schifferklavier Da klopfte meine große Schwester Maikin bei Mama an Und fragte, ob sie bei diesem Heidenkrachten arbeiten könne Aber ja doch, antwortete Mama mit entwaffnendem Lächeln Der Leierkasten stört mich überhaupt nicht Wahrscheinlich glaubst du, dass in einem Haus mit so einer Mutter Ein unglaubliches Tohuwabohu herrscht Aber da irrst du dich gewaltig Bei uns gibt es nämlich eine ordnende Hand und ein wachsames Auge Und diese unschätzbaren Körperteile gehören meiner großen Schwester Maikin Obwohl sie erst 19 ist, hat sie alles im Griff Und dirigiert die ganze mehr oder weniger widerspenstige Familie Mama eingeschlossen mit mütterlicher Nachsicht Sie ist so ausgeglichen und souverän und tüchtig Dass wir uns in allen praktischen Dingen Ihren klugen Anordnungen ohne Aufmucken fügen Ist man die älteste Tochter einer so lieben und leicht überkandidelten Mama Die bei jeder Gelegenheit lacht und von früh bis spät wie besessen tippt Dann bleibt einem wohl gar nichts anderes übrig Als so zu werden wie Maikin Als sie noch klein war Musste Mama ja wohl oder übel Hausfrau spielen Und mir ist zu Ohren gekommen Dass sie das immer gut gelaunt Aber mit niederschmetterndem Ergebnis getan hat Über angebrannte Schnitzel und klitschigen Kuchen soll sie nur gelacht haben Ich hab auch erfahren, dass Maikin schon mit 10 Jahren Mama zur Hand gegangen ist Und sie an dies und das erinnert hat So ergab es sich nach Maikins Schulabschluss wie von allein Dass sie zu Hause das Heft in die Hand nahm Und Mama sich höchst vergnügt und zufrieden ans Übersetzen machte Aber, Kaisa, glaub bloß nicht Maikin wäre so ein spießiger, hausbackener Typ Nein, sie sieht ganz entzückend aus Ist wirklich bildhübsch Darum leben wir auch in ständiger Angst Dass eins von all den Mannsbildern, die hinter ihr her sind Uns unser Juwel wegschnappt Und damit verschwindet Zur Zeit ist es ein Referendar am Landgericht Der dauernd um sie herumschawenzelt Jetzt hat Maikin schon wieder einen neuen Verehrer Berichtet Zwante und schüttelt bekümmert den Kopf Wann wirst du denn dein liebliches Ja-Wort hauchen Und endlich die Hochzeitsglocken läuten lassen Fragt er beim Frühstück Aber Maikin schweigt in majestätischer Ruhe Nur über meine Leiche schleppt der sie zum Altar Rufe ich empört Wenn sie durchaus heiraten will Dann doch wohl mindestens einen Admiral Oder einen Grafen Und nicht so einen kleinen, spillrigen Referendar Da macht Maikin endlich ihre Schnute auf Und sagt mit milder Ironie Ihr habt Sorgen Ich werde euch mal was sagen Ich heirate überhaupt nie Ich bleibe bis an mein Lebensende bei euch Stopfe eure Strümpfe Putze euch die Nasen Und erinnere euch an eure Schularbeiten Was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen Natürlich sind wir jetzt alle ganz zerknirscht und beteuern Dass wir ihr nichts heißer wünschen Als einen Ehemann Auch wenn das für den Zusammenbruch der Familie Und angebrannte Braten Bis in alle Ewigkeit bedeuten würde Also Sagt Maikin da Wenn euer Seelenfrieden davon abhängt Dann verrate ich euch Dass dieser Referendar Mich nicht die Bohne interessiert Ich glaube ihr aufs Wort Für diesmal Gab es also Entwarnung Nervt es dich noch mehr Von meiner Familie zu hören Na ich riskiere es Also Nummer 2 in der Geschwister Schar Ist die Unterzeichnende Aber was kann man schon über sich selber sagen Zum Beispiel Ich mag Bücher Und finde Mathe grässlich Ich tanze wahnsinnig gern Und gehe abends höchst ungern ins Bett Ich liebe meine Familie über alles Auch wenn sie mir manchmal auf den Geist geht Ich finde Dauerwellen scheußlich Und lasse mir nie welche machen Ich habe sehr viel für die Natur übrig Aber nur Wenn ich nach Lust und Laune Da herumstreifen kann Und nicht Wenn ich in unserem Garten Unkraut jäten muss Dann liebe ich noch den Frühling Und warme Sommer Und klare Herbsttage Und Winter mit viel Schnee Fürs Skilaufen Was mir sonst am meisten Spaß macht Ist das Schreiben Ja ehrlich Wie Briefe an dich Oder irgendwas Das ich mir ausdenke Und das Ist fürs Warnte Grund genug Mich dauernd damit aufzuziehen Hört mal Sagte er Ich kann oft nicht einschlafen Weil ich darüber nachdenken muss Was wir mit all dem vielen Geld Anfangen werden Wenn Britt-Marie Den Novellpreis für Literatur kriegt Hoffentlich spendiert sie mir dann Wenigstens einen Eishockeyschläger Damit würde ich dir gern Dein Lästermaul stopfen Antwortete ich ihm Wahrscheinlich Hast du dir längst ein Bild Von Zwante gemacht Darum nur noch so viel Er ist 14 Und bestimmt der Faulste Im ganzen Gymnasium Aber zäh und ausdauernd Wenn es um Fußball Oder seine Ziehharmonika geht Und geradezu unermüdlich Beim Lesen von Indianerheften Oder im Hänseln seiner Schwestern Oder im Vergessen von Zähneputzen Aber er hat Witz und Humor Und eigentlich steht er mir am nächsten Mal wohl deshalb Weil wir beinahe gleichaltrig sind Trotzdem habe ich ihn oft verprügelt Aber das ist schon ziemlich lange her Denn er ist längst stärker als ich Trotzdem habe ich immer noch Nicht ganz aufgegeben Aber gegen andere Halten wir immer zusammen Und es gab Zeiten Da zitterten alle Indianer Der Stadt vor uns Du merkst sicherlich Dass ich Zwante im Grunde Furchtbar gern habe Aber das darf man ihn nicht merken lassen Sonst schnappt er am Ende noch über Wahrscheinlich waren Zwante Und ich als Kinder so nervig Dass unsere Eltern fürs Erste Von Kindern genug hatten Denn es dauerte volle sieben Jahre Bis Jerka zur Welt kam Damit weißt du wie alt er ist Gerade vor ein paar Tagen Ist er in die Schule gekommen Noch bis vor kurzem Hatten Zwante und Jerka zusammen Ein Zimmer Aber dann hat Zwante gestreikt Er fand eine tote Ratte in seinem Bett Dazu kommt Dass Jerka die Sammelleidenschaft hat Und das ganze Zimmer vollgestopft ist Mit allem möglichen Kram Mit Heften und Katalogen Und Angelhaken Und auch toten Ratten Das ganze endet damit Dass Jerka unsere Rumpelkammer kriegte Die wir natürlich leer räumten Was sich im Grunde gar nicht gelohnt hat Denn seit Jerka da wohnt Sieht es darin noch rumpeliger aus Als vorher Aber Jerka ist selig Solange dort keiner sauber macht An seiner Tür hängt ein Schild Darauf steht Draußen bleiben Oder ich schieße Der Errecher Denn stell dir vor Jerka Dieses helle Kärchen Hat sich Lesen und Schreiben Schon vor der Schule Selber beigebracht Da staunst du was? Zur Zeit ist unser kleines Genie Zahnlos Und so ging er nicht besonders schön Aber wahnwitzig stolz Zum ersten Schultag Zum Glück ahnt er noch nicht Dass er von jetzt an Bis zu seiner Rente Keine freie Stunde mehr haben wird Und gleich kannst du aufatmen Liebe Kaiser Denn jetzt ist nur noch Ein Winzling übrig Den ich dir vorstellen muss Sie wurde erst vor dreieinhalb Jahren Geboren und heißt Monika Als Baby hat sie von früh Bis spät geschrien So dass Wante vorschlug Ein großes Schild Für den Storch ans Haus zu pinnen Geschwister Schar Vollständig Inzwischen hat Monika Mit Brüllen aufgehört Stattdessen ist sie Unheimlich verwöhnt Und wickelt die ganze Familie Um ihre süßen kleinen Finger Finde ich jedenfalls Aber auch Dass mich meiner Familie Gegenüber allmählich Jede kritische Einsicht verlässt Übrigens Ein Wort über unser Haus Es ist nicht neu Und schon gar nicht elegant Dafür aber Urgemütlich Dahinter liegt ein großer Alter Garten Leider aber mit viel Unkraut Ja ja Ich mache endlich Schluss Kaiser Oh nein Kann ich noch nicht Ich habe ja Alida vergessen Unsere Alida Was wären wir alle ohne sie Sie ist schon seit Maikens Geburt bei uns Und dass wir Bevor Maiken alles in die Hände nahm Alle etwas zu essen bekommen haben Das verdanken wir Alida Sie schwirrt zwar mit schöner Regelmäßigkeit Und unter vielen Tränen Dass sie uns verlassen will Weil sie es in dieser verrückten Familie Nicht länger aushalten könne Aber daran haben wir uns längst gewöhnt Und der Anfall ist nach einer halben Stunde Ja auch vorbei Und Alida sinkt dann wieder Ganz zufrieden in der Küche Und weißt du wer mir jetzt leid tut Ich mir selber Wegen des teuren Portos Und dann der arme Briefträger Der das hier zu dir schleppen muss Und schließlich du Ärmste Die es lesen soll Hoffentlich überlebst du es Britte Marie 20. September Hallo Kaisa Da bin ich schon wieder Und du ahnst nicht wie spät es ist Oder besser wie früh Nämlich halb sieben Und es ist ein blanker Klarer Morgen Das ganze Haus schläft noch Aber ich sitze in unserem Garten Unter der Linde Und um mich herum blühen Phlox Und noch immer massenhaft späte Rosen Das ist eine Farbenbracht Sag ich dir Überhaupt ist der September Ein wundervoller Monat Er ist irgendwie glutvoller Als der zarte Frühling Und von so unbeschreiblicher Schönheit Ich brauche nur von der Maschine Aufzugucken Da kriege ich geradezu Eine Gänsehaut vor Entzücken Und denk mal dran Was für einen Reichtum Uns der September schenkt Wie herrlich ist es jetzt Auf dem Wochenmarkt Diese bunte Fülle von Äpfeln Birnen Pflaumen Und Trauben Von Tomaten Pilzen, Melonen Von Erbsen Bohnen und Kohl Und all die Farben Formen und Düfte Habe ich nicht recht Mit dem September? Dazu gehört auch Dass wir dann jedes Jahr Unseren Preiselbeerausflug machen Der fand letzten Sonntag statt Wir mieten immer eine schöne Kutsche Mit zwei Pferden Und wenn wir dann Über das Holperpflaster In unserer Hauptstraße rumpeln Weiß die ganze Stadt Die Preiselbeeren sind reif Ich finde es einfach spitze Hier oben zu thronen Sagt Zwante Und die Pferde zu riechen Und zu wissen Ich werde den ganzen Tag lang Im Wald sein Wir alle nicken zustimmend Wir fahren immer zu demselben Bauernhof Der etwa 10 Kilometer weit Von der Stadt entfernt liegt Der Besitzer ist ein ehemaliger Schüler Von Papa Und in seinem Wald Dürfen wir Beeren Und auch Pilze pflücken Und tun, was wir wollen Es wurde ein herrlicher Tag Und wir waren fleißig Und pflückten Bis alle Körbe gefüllt waren Aber was heißt eigentlich Wir? Monika suchte die Wohnung Der Wichtel Jerka schnitt sich Flitzbogen Und Zwante spielte Auf seiner Ziehharmonika Oder schlief wohl meistens im Gras Papa wanderte gedankenvoll umher Untersuchte Pflanzen Und beobachtete den Buntspecht Meine Bescheidenheit Verbietet mir Namen zu nennen Aber wahrscheinlich hast du dir Schon selber ausgerechnet Wer so fleißig Beeren gepflückt hat Zwischendurch haben wir Natürlich auch gepiknickt Mir schmeckt das Essen Nirgends besser als im Wald Wenn wir alle um ein kariertes Küchentuch im Moos hocken Unter hohen majestätischen Fichten Inmitten von rotem Preiselbeergestrüpp Jetzt höre ich Alida in der Küche Mit dem Frühstücksgeschirr klappern Und ich muss mich beeilen Tee und Toast zu mir zu nehmen Bevor ich in die Schule laufe Drück mir die Daumen Wir schreiben heute eine Bio-Arbeit Das Haus ist still Und es dunkelt Und eigentlich ist es längst Schlafenszeit Jedenfalls für ein armes Schulmädchen Das morgen schon in aller Herkutsfrühe Wieder aus den Federn muss Aber bevor ich hineinkrieche Muss ich dir noch was erzählen Was heute los war In der Schule war es ziemlich öde Aber mit der Bio-Arbeit Ging es besser als befürchtet Nur fiel mir um die Welt nicht ein Dass Insekten durch Tracheen atmen Dann folgten zwei Stunden Mathe Und da wünschte ich mir immer Ich wäre die Tochter Eines netten Steinzeitjägers Dem es genügt Dass seine Kinderstriche In die Wand ritzen können Und sonst? Ja, Marianne Oden Hat sich mal wieder unmöglich benommen Marianne ist diejenige Die in unserer Klasse den Ton angibt Sie hat das Sagen Und so eine gibt es ja fast In jeder Klasse, oder? Sie ist erst voriges Jahr Bei uns aufgetaucht Weil sie bis dahin zu Hause Von einer Gouvernante Unterrichtet worden ist Der Papa ist nämlich Direktor Einer großen Fabrik Und als sie erschien Blieb uns allen der Mund offen stehen So schön So schick Und so selbstsicher war sie Und ist sie Und alle Oder fast alle in der Klasse Sind ihr total hörig Aber mir ist das zu dumm Ich mache diesen Kult nicht mit Kaiser, jetzt denkst du vielleicht Ich bin nur neidisch Aber ich habe mich ernsthaft geprüft Und festgestellt Nein Das bin ich nicht Ja natürlich nicht Die Strafarbeit Und in der Pause gab sie die Parole aus Einfach zu streiken Und diese Extra-Seite Nicht zu übersetzen Natürlich protestierte ich sofort Sagte Das sei kindisch Und ich würde den Streik Nicht mitmachen Nun haben wir in unserer Klasse So ein armes Haschel Wie es wohl in jeder Klasse gibt Bei uns ist es Britta Sie steht immer abseits Wird nirgends eingeladen Und ist außerdem schlecht in der Schule Ganz besonders in Französisch Wo sie immer nur knapp Um eine Fünf herumkommt Britta konnte es sich Gar nicht leisten zu streiken Und als sie dann auch tatsächlich Als erste rankam Ihre Übersetzung vorzulesen Überraschte sie alle Mit einem recht ordentlichen Ergebnis Und heimste überglücklich Ein Lob ein Als nächste kam Marianne an die Reihe Die natürlich Ihrem eigenen blöden Vorschlag Gefolgt war Nichts übersetzt hatte Und darum auch nichts vorlesen konnte Und nur stumm und patzig dastand Der ganze Erfolg war Dass ihr ein Tadel eingetragen wurde Da kam die Hedberg auf ein anderes Thema Und die ganze dumme Geschichte Hatte ein Ende Aber nicht für Marianne Und jetzt kommt das Was ich so gemein finde Sie war nicht wütend über sich selber Sondern auf die arme Britta Und gab sofort die Parole aus Britta muss bestraft werden Weil sie unsolidarisch gewesen war Und während der nächsten 14 Tage Solle keiner von uns Auch nur ein einziges Wort mit ihr reden Wie wär's denn, wenn wir Ein Glöckchen umhängen? Fragte ich ironisch Das kriegten im Mittelalter Doch alle Aussätzigen Und seitdem scheinen wir Ja keine Fortschritte gemacht zu haben Damit ließ ich Marianne Einfach stehen und ging Wo willst du denn hin? Rief sie mir nach Britta einholen Und sie nach Haus begleiten Rief ich zurück Ach, weißt du, Kaisa Ich war richtig froh Als ich dann endlich zu Hause war Es tat gut wieder Unter vernünftigen Menschen zu sein Ganz zu schweigen davon Wie gut mir Alidas Kohlrouladen schmeckten Aber jetzt fallen mir fast die Augen zu Darum Kuss Und Schluss Britta Marie 28. September Liebe Kaisa Ob du gestern Abend wohl auch Den Mond bei euch gesehen hast? Stand er vielleicht groß und gelb Über dem Stadthaus Und spiegelte er sich im Mellarsee? Es war ja derselbe Mond Zu dem auch ich aufgeschaut habe Ist das nicht seltsam? Aber ich war nicht allein Als ich zu ihm hochguckte Nein, jemand stand neben mir Wer, sag ich nicht Ich war auf einen Sprung Bei Anestina gewesen Sie wohnt ganz in unserer Nähe Und wir kennen uns schon ewig Etwa seit wir vier Jahre alt waren Und ich weiß noch Wie wir uns um eine Puppe beigten Dass die Fetzen nur so flogen Unsere Und die der Puppe Kurz vor neun ging ich Und draußen Lief ich fast in ihn hinein Zufall natürlich Obwohl ich mir manchmal ausmale Oder offengestanden hoffe Dass er dem Zufall Auf die Sprünge hilft Aber das ist wohl Einbildung Wir schlenderten den Uferweg entlang Unser Flüsschen ist nämlich so freundlich Sich durch unsere kleine Stadt zu schlängeln Es ist doch gar nicht auszudenken Wenn es einen Umweg um uns gemacht hätte Denn dann wohnten wir wirklich in einem tristen Kaff So finde ich den Mondschein erst wirklich schön Wenn er sich im Wasser spiegelt Und wo sollten wir im Frühling Schlüsselblumen pflücken Wenn nicht im Gehölz an der Flussbiegung Und wo an einem Sommerabend Den Duft des weißen Flieders tief einatmen Wenn nicht auf einer Bank am Fluss All das ist für mich Frühling und Sommer Die Hauptstraße ist eigentlich nur für den Winter da Aber kaum ist der Schnee geschmolzen Findest Du uns wieder auf dem Uferweg Wo wir durch Matsch und Lehm stapfen müssen Denn Pflaster gibt es da nicht Himmel Wie dann die Schuhe aussehen Ja, der Uferweg hat schon viele verdorbene Schuhe Auf dem Gewissen Dort wanderten wir also gestern Abend entlang Beatil Und ich So Jetzt ist mir der Name rausgerutscht Und wieso solltest gerade Du auch nicht erfahren Wie er heißt Dann kannst Du auch gleich wissen Dass er 16 ist Und aufs Gymnasium geht Und Papa von ihm sagt Dass er ein sympathischer junger Mann sei Und ich sage von ihm Dass er die schönsten Zähne der Welt hat Worüber wir redeten Weiß ich gar nicht mehr Ach, wir redeten überhaupt nicht viel Es war ein so unwirklicher Abend Der Mond spiegelte sich in dem dunklen Fluss Über den sich die Weiden graziös neigten Es war so schön Dass mir das Herz richtig wehtat Und ganz plötzlich Wurde es mir so schwer Warum, weiß ich nicht Aber so geht es mir öfter Vielleicht, weil ich noch so jung bin Oder nicht mehr ganz jung Und noch nicht erwachsen Findest Du dieses Zwischenalter Manchmal auch so schwierig, Kaiser? Eigentlich wissen wir doch so wenig vom Leben Vom richtigen Leben Mit großen Buchstaben Man hat so eine Ahnung Dass es etwas einmalig Schönes Und einmalig Schreckliches werden könnte Und ich kriege Angst Angst Dass ich nichts Rechtes daraus mache Dass ich es verpfusche Mama sagt immer Das Leben ist wie ein Kuchenteig Jeder bekommt seinen Klumpen zugeteilt Und den darf er kneten Und formen, wie er will Es liegt also an uns selber Ob wir schließlich Einen schönen, wohlgeratenen Kuchen Vor uns haben Du siehst Mama redet gern in Gleichnissen Ein anderes Mal aber Sagt sie ganz unverblümt Und handfest Egal was Du auch tust, Britt-Marie Sei niemals leichtsinnig Wenn man jung ist Denkt man oft Man braucht es nicht so genau zu nehmen Hauptsache es bringt Spaß Aber das ist falsch Schluss jetzt Mit dem Leben Und der Kuchenbackerei Nur eins noch Wenn ich jemanden kenne Der mit seinem Teigklumpen Sorgfältig umgeht Und dabei ist Einen wirklich gelungenen Kuchen Zu backen Dann ist das Bertil Ja, Kaiser Lach mich nur aus Aber ich weiß, was ich weiß Um 10 Uhr war ich dann zu Haus Mit patschnassen Füßen Vielleicht waren die ja schuld An meiner schwermütigen Stimmung Und dass ich Und auch Svante Abends immer spätestens um 10 zu Hause sind Ist bei uns ehrenes Gesetz Nächsten Samstag ist Tanzabend Im Gymnasium Und das ist jeden Herbst Das große Ereignis Jedenfalls aus unserer Sicht Das heißt der Mädchen im Lyzeum Die Musik liefert die Schülerkapelle Und dass Svante mit seiner Ziehharmonika Dort so eine Art Ehrenplatz einnimmt Probt die ganze Horde Meistens bei uns zu Haus Also von Ruhe kann hier nicht mehr die Rede sein Sie nennen sich übrigens In schöner Selbstkenntnis The Playing Fools Und Kaiser Ich habe zu diesem festlichen Anlass Ein neues Kleid gekriegt Es ist marineblau Und pläsiert Mit weißem Kragen Und Manschetten Und für meine Begriffe Einfach entzückend Eigentlich ist es ja blöde Dass einem Kleider So wichtig sein können Aber trotzdem kann ich Mitten in der Nacht aufwachen Und mit einem kleinen Glücksschauer An mein neues Kleid denken Alles was mit meinen Klamotten Zu tun hat Regelt übrigens My Kind für mich Und das ist mir auch sehr recht Denn sie weiß genau Was mir steht Und was ich auch mag Mama wäre damit völlig überfordert Sie würde vielleicht nicht mal merken Wenn ich mit einem Hula-Hula-Bass-Dröckchen Angetanzt käme Und wenn ich schon mal Nach einem auffallenden Stoff Oder Modell schiele Entscheidet Michael Kurz und bündig Solch für Elefants Ist nichts für dich Und natürlich Hat sie wie immer recht Genug für heute Deine Britt Marie 7. Oktober Liebe Kaiser Macht der Tanzen auch so viel Spaß? Mir zuckt es noch in den Beinen Wenn ich nur an den Ball am Samstag denke Und ich hätte die ganze Nacht Durchtanzen können Aber der Direktor Mein Papa Hatte bestimmt Punkt 11 ist Schluss Und obwohl ich das für einen Fall Von seelischer Grausamkeit hielt Blieb es natürlich dabei So Und jetzt muss ich dir Alles der Reihe nach erzählen Von dem Augenblick an Wo ich das pläsierte anzog Bis zu dem Moment Wo ich es wieder auszog Kaiser du ahnst ja nicht Wie nervig Brüder sein können Und unter allen Ist Zwante bestimmt Die größte Nervensäge Da er ja sozusagen Zum Festkomitee gehört Zischte er schon Mit seiner Ziehharmonika Gegen 7 Uhr ab Fand aber doch noch Zeit Mir eins auszuwischen Kaiser du weißt Dass man an so einem Abend So hübsch wie nur möglich Aussehen möchte nicht Und was kriege ich da Von meinem galanten Bruder Zu hören Hilfe Ist das zu fassen Mein Schwesterherz Hat sich lockengedreht Will also heute Abend Als männermordender Vamp auftreten Und dann Schnuppert er an mir Und riecht sofort Dass ich mir ein bisschen Von Maikens Puder Auf die Nase getupft habe Sofort trompetete er los Oh Welch lasterhafter Duft Nach Schminke und Puder Jetzt verdufte lieber Rief ich Sonst Verrate ich Anastina Dass du ihr Foto Aus meinem Album geklaut hast Und es unter deinem Kopfkissen aufbewahrst Das hat gewirkt Svante ging Aber ich hatte mich Zu früh gefreut Er steckte nochmal Den Kopf durch die Tür Und rief Vergiss ja nicht Dir die Lippen anzumalen Knallrot wie ne Rettungsboje Damit Bertil dich auch findet Dann war er endlich weg Und jetzt erschien Maikin Sie musterte mich Von Kopf bis Fuß Zupfte ein bisschen An meinem Haar herum Kontrollierte ob die Strumpfnähte gerade saßen Und sagte Tja Da kann man wirklich Nicht meckern Du siehst gut aus Wenn Maikin sowas sagt Dann ist das so gut Wie ein Kompliment Und es tat mir Wirklich gut Ab und zu brauche ich So eine kleine Aufmunterung Etwas Das mein Selbstbewusstsein stärkt Denn wenn ich mich auch meistens Wer weiß wie munter Und forsch gebe Innerlich bin ich oft Schrecklich unsicher Und Zweifel an mir Mama sagt immer Das beste Rezept dagegen ist Gar nicht so viel An sich selbst zu denken Sondern lieber an andere Denn wenn man sich Um andere kümmert Sich für sie wirklich interessiert Und vor allen Dingen Ihnen zuhört Dann vergisst man sich selbst Und alle finden einen Nett und sympathisch Wahrscheinlich findest du es Längst an der Zeit Dass ich zum Thema zurückkehre Dem Schülerball Aber da siehst du Wie ich bin Kaiser Wenn ich mich nicht Am Riemen reiße Endet dieser Brief noch Bei meinen Ansichten Über Schafzucht in Australien Oder bei der Kunst Des Rollschuhlaufens Also Unser Ringelpiez Ich ging mit Papa hin Als Direktor Musste er ja dabei sein Und behauptete sogar Er schaue gern zu Wenn die Jugend sich amüsiere Ich brauchte auch nur Zweimal zurückzulaufen Einmal Weil er seine Brille Vergessen hatte Und das zweite Mal Weil ich seinen Knirps Holen musste Unterwegs gabelten wir Anastina auf Und ich war heilfroh Dass ich sie unterhaken konnte Als wir den Turnsaal betraten Bertil war schon da Und wie immer wenn ich ihn sehe Hatte ich das Gefühl Etwas schnürt mir die Kehle zu Ob das wohl Liebe ist? Bertil und ich tanzen gut zusammen Und als wir beim ersten Walzer Durch den Saal schwebten Konnte ich mich ganz der Freude Am Tanzen hingeben Ohne auf meine Füße zu achten Und an alles mögliche zu denken Wie sonst immer Wenn ich mit anderen tanze Ja Kaiser Wenn ich mit anderen tanze Oh Himmel Schon wieder muss ich An diese Katastrophe denken Eigentlich wollte ich dir Gar nichts davon erzählen Ich wollte es nur vergessen Wie einen bösen Traum Aber das kann ich nicht Und darum sollst du Alles erfahren Da muss ich bei Orke anfangen Denn ich glaube Ich habe ihn noch nie erwähnt Was eigentlich unverzeihlich ist Denn Orke Ist der netteste Höflichste Schüchternste Und dickste Gymnasiast Den du dir vorstellen kannst Und so sicher Wie das Amen in der Kirche Bringt er jedes Jahr Das schlechteste Zeugnis nach Haus Zu mir ist Orke Immer ganz besonders nett Nimmt mir die Schultasche ab Schleppt meine Einkäufe nach Hause Schickt mir zu allen Nur denkbaren Gelegenheiten Glückwünsche Und fordert mich natürlich Immer zum Tanzen auf Und leider immer nur mich Nun ist Orke Jemand Den man gern neben sich hätte Wenn man im Sterben liegt Aber zu Lebzeiten Mit ihm tanzen Nein Er weiß nicht wohin mit den Armen und Beinen Und hampelt und strampelt und trampelt herum Dass es zum Gott erbarmen ist Jetzt ahnst du bestimmt schon Wie es weitergeht Es gab kein Entrinnen Orke Er forderte mich auf Mordsgaudi Irgendwie rappelte ich mich dann auf Und mein einziger Gedanke war Nur raus hier Weg von all dem Geglotze und Gekicher Fast gleichzeitig Durchzuckte mich der glühende Wunsch Orke Orke Diesem Trampeltier Kräftig gegen das Schienbein Zu treten Aber Als ich sein Tod Unglückliches Krebs Rotes Gesicht Sah Tat er mir nur leid Und ich versuchte ihn aufzumuntern Na Wer macht uns das nach Fragte ich ziemlich laut Und lachte dazu Es kam keine Antwort Und Orke Und ich Tanzten tapfer weiter Aber eins kann ich dir sagen Kaiser Es war eine Katastrophe für mich Und wenn ich 80 Jahre alt bin Und meinen Urenkeln etwas Aus meiner Jugend erzähle Dann werde ich sagen Ach Richtig Das war in dem Jahr Als ich auf dem Schülerball Hingeflogen bin Denn etwas Gutes Haben Katastrophen ja an sich Sie sind ausgezeichnete Gedächtnisstützen Mir wurde auch die Ehre zuteil Mit einem Knaben zu tanzen Der Stieg Henningson heißt Und neu in unserer Stadt ist Er kommt aus Stockholm Und vielleicht ist er dir Ja mal über den Weg gelaufen Wenn ja Ist er dir todsicher aufgefallen Denn es kann selbst in Stockholm Keinen zweiten geben Der die Nase so hoch trägt wie er Man munkelt übrigens Dass er bei euch aus der Schule geflogen ist Papa wird es wohl wissen Aber über so etwas Lässt er sich kein Sterbenswörtchen entlocken Ist auch egal Ich tanzte jedenfalls mit diesem Fatzke Und kann es auch nicht lassen Dir auch unsere höchst geistreiche Unterhaltung Wiederzugeben Er Sowas Niedliches gibt es hier also Da fühlt man sich ja direkt veranlasst Nach diesem Gehopse hier Einen Spaziergang vorzuschlagen Ich Vorschläge kann man ja machen Aber da mich eine so große Ehre Wohl größenwahnsinnig machen würde Muss ich leider Nein Danke sagen Er Schau eine an Wie spöttisch Und dabei sind solche blauen Augen Für mich ganz unwiderstehlich Ich Ach ja Für mich sind Kohlrüben Mit Schweinebauch Ganz unwiderstehlich Er Wie kann ein süßer kleiner Mund Nur so etwas Banales sagen Ich Bla 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 Jetzt schien der Herr doch gekränkt zu sein Und wir beendeten den Tanz In wohltuendem Schweigen Danach scharwenzelte er nur Um Marianne Uden herum Und ich hörte Wie er beim Tanzen zu ihr sagte Solche braunen Augen Sind für mich einfach unwiderstehlich Ich kümmerte mich von jetzt an Nur noch um Bertil Und es wurde noch ein Wunderbarer Abend Den Heimweg mit Bertil Auf den ich mich so gefreut hatte Verpatzte mir allerdings Zwanthe Dieser Schurke Er ging die ganze Zeit So dicht hinter uns Dass er jedes Wort hören konnte Hustete immer wieder Bedeutungsvoll Und quietschte ab und zu Auf seiner Ziehharmonika So musste alles Wichtige und Schöne Das ich Bertil sagen wollte Ungesagt bleiben Umso mehr Unschönes bekam Swanthe dann zu Hause von mir zu hören Als ich schließlich in meinem Zimmer ankam Und mein Marineblau Bläsiertes Auf den Bügel hängte Streichelte ich es liebevoll Weil es mir geholfen hatte Den Ball Doch noch so schön zu machen Denn Tanzen ist für mich Die größte Seligkeit Und das wird sich bestimmt nie ändern Auch wenn ich steinalt werden sollte Dann werde ich zumindest zugucken Wenn meine zahlreichen Nachkommen schwufen Und werde krechzen Heiliger Strohsack Dieses Gehopsen nennt ihr Tanzen Da lobe ich mir den guten alten Swing Der zu meiner Zeit modern war Und dann, Kaisa Koch ich endlich in die Federn Und stell dir vor Ich schlief trotz all der aufregenden Erlebnisse Auf der Stelle ein Deine Britt-Marie 19. Oktober Meine geliebte Freundin Bist du auch erkältet? Hoffentlich nicht Aber ich habe Husten und Schnupfen Und auch ein bisschen Fieber Aber ich kuschle mich in mein Bettchen Und genieße, dass ich mich nicht Um unregelmäßige Verben Und ähnliches langweiliges Zeug kümmern muss Eigentlich fühle ich mich nie so gesund Und munter wie dann Wenn ich ein bisschen krank bin Klingt bescheuert nicht? Stimmt aber Besonders da sich die ganze Familie In rührender Fürsorge Geradezu überbietet Ausgenommen Svante Der sein Mitgefühl Dadurch tarnt Dass er mir niedere Motive Unterstellt So, so Du gibst vor Krank zu sein Schreibt dir vielleicht heute Zufälligerweise Eine Mathearbeit? Und ich quetsche Durch meine verschwollene Nase zurück Du gemeiner Schuft Mama gerät immer in Panik Sobald einer von uns Auch nur Andeutungsweise krank ist Oder werden könnte Sie flattert wie ein aufgescheuchtes Huhn Durchs Haus Und nähert sich die Quecksilbersäule Im Fieberthermometer der Zahl 38 Dann macht sie ein so tragisches Gesicht Dass alle Der Patient eingeschlossen Anfangen sich Gedanken Über das nahe bevorstehende Ende zu machen Außerdem besteht sie darauf Dass man pausenlos etwas isst Oder etwas Heißes trinkt Heute früh kam sie auf die grandiose Idee Einen Kuchen zu backen Sie wollte alle Zum 11 Uhr Café Um mein Bett versammeln Und die festliche Stunde Mit ihrer Torte krönen Nun ja Wir sind alle so weit wohlerzogen Dass wir tapfer zulankten Und Maiken Verstieg sich sogar dazu Das glitschige Missfarbene Etwas Als köstlich Zu bezeichnen Das fand Mama nun doch übertrieben Und meinte Das Backpulver sei nicht in Ordnung gewesen Jerka und Monika Ist es streng verboten Mein Zimmer zu betreten Das hindert Monika aber nicht Die Tür aufzumachen Sich dort zu postieren Und mir ihr Mitleid zu bekunden Arme Britt-Marie doll krank Sagt sie immer wieder Jerka bringt mir Seinen ganzen Stapel Illustrierte Für die er sich Wegen der zwei Seiten Comics finanziell ruiniert Und preist mir seine Comicserien an Aber da halte ich mich doch lieber An meine Lieblingsbücher Die griffbereit Über meinem Bett In einem Regal stehen Da findest du unter vielen anderen Alice im Wunderland Huckleberry Finn Die Schatzinsel Und Nein, ich kann es unmöglich Alle Lieblingsbücher aufzählen Nur noch meinen neuesten Schatz Maria Stewart Von Stefan Zweig Das ich zum Geburtstag bekommen habe Geschichte ist nämlich Mein Lieblingsfach Alle Schulbücher stehen übrigens In gebührendem Abstand vom Bett In einem anderen Regal Unter dem Fenster Ich habe dir glaube ich Noch nie erzählt Wie es in meinem Zimmer aussieht Und das ist vielleicht ganz gut Denn es ist erst seit kurzem So hübsch Dass ich alle Freunde Und Bekannte hinauf lotse Damit sie es bewundern Die Verwandlung Fand natürlich mit Maikens tatkräftiger Hilfe statt Gemeinsam strichen wir Die alte muffige Tapete In einem sehr hellen Blau Bei weitem das mühsamste war Immer wieder Svante zu verscheuchen Der die neue Pracht Durchaus mit roten Farbtupfern Beleben wollte Vor den Fenstern Hängen duftige Weiße Schleiergardinen Mit zierlichen Volants Die mir meine engelhafte Schwester Statt der trüben Beigefarbenen Vorhänge genäht hat Auf dem Fußboden Liegt der leuchtend blaue Teppich Den ich Weihnachten bekommen habe Und in der Ecke Steht mein Lieblingsmöbel Es ist ein alter Gemütlicher Ohrensessel Den ich im Frühjahr Auf dem Boden entdeckt habe Maiken hat ihn Mit knallrotem Frotteestoff bezogen Und du kannst dir bestimmt vorstellen Wie toll und frisch Das alles aussieht Natürlich ist der alte Kachelofen In seiner Ecke stehen geblieben Ich würde ihn im Winter Auch bitter vermissen Und vor dem Fenster Steht auch noch Mein alter Schreibtisch Aber über dem Bett Hängt eine neue Leselampe Damit ich mir wenigstens Nicht die Augen verderbe Wenn ich mich schon so tot lese Sagt Maiken Ja Kaiser Ich weiß nicht Wie es bei dir ist Aber in meinem Leben Sind Bücher wohl das Wichtigste Ohne Bücher Kann ich es mir einfach nicht vorstellen Und Mama und Papa Denken genauso Und wenn ich mal heirate Dann muss mein Mann Zwei Bedingungen erfüllen Er muss Bücher Und Kinder lieben Alles andere ist nicht so wichtig Ich meine wie er aussieht Und so Obwohl es ja nicht schaden könnte Wenn er schöne Zähne hätte Jetzt kommt Maiken Mit heißer Zitrone Außerdem sind mir die Beine Durch die schwere Schreibmaschine Eingeschlafen Also tschüss und bis bald Britt-Marie Später Kaiser Du ahnst nicht Wie gemütlich ich es habe Alida hat den Ofen geheizt Mama und Papa Haben bei mir Tee getrunken Mir geht es also prima Abgesehen von meiner Triefnase Aber wenn ich sie nicht hätte Dann müsste ich jetzt Über meinen Schularbeiten brüten So hat eben alles sein Gutes Als Papst den Stapel Illustrierte sah Den Jäcker mir gebracht hatte Sagte er ironisch Ja Lies nur fleißig die Regenbogenpresse Dann lernst du Wie es im richtigen Leben zugeht Hinterher dachte ich darüber nach Wie recht er doch hatte Alle wahren Geschichten In diesen Blättern Haben mit dem wahren Leben Nichts zu tun Immer ist es die Krankheit Krankenschwester mit den schönsten Beinen Die sich den Chefarzt kapert Und die Sekretärin mit dem süßesten Schmollmund Und den blondesten Locken Die sich den millionenschweren Geschäftsmann angelt Überhaupt kommt es nur auf dieses Kapern und Angeln an Ansonsten braucht ein weibliches Wesen Nichts zu können und zu wissen Und es reicht Wenn man Bohnenstroh im Kopf hat Ich will dir mal was verraten Kaiser Auch ich möchte genau wie all diese Mädchen In all den verlogenen Geschichten mal heiraten Also einen Mann haben und ein eigenes Heim und viele Kinder Aber vorher will ich selber etwas werden Viel lernen, einen Beruf haben und selbstständig sein Auf keinen Fall verlasse ich mich auf meine durchaus akzeptablen Beine Denn todsicher taucht bald eine mit noch schöneren auf Und dann stehe ich da Nein, das Risiko ist mir zu groß Und ich weiß auch schon, was ich werden möchte Journalistin Und dafür werde ich arbeiten und arbeiten und nochmal arbeiten Doch das muss ja zum Glück nicht gleich sein Denn ich bin todmüde Und ich kann nur noch Gute Nacht, liebe Kaiser Murmeln Deine Britt-Marie 10. November Liebe Kaiser Natürlich hat die Schule mich längst wieder Und nun rate mal, wen ich heute auf dem Nachhauseweg getroffen habe Seine Hoheit stieg Henningson persönlich Na, schaut einer an? Wen trifft man denn da? Die eiskalte Britt-Marie? Sagte er Und welche Augenfarbe ist für den hohen Herrn heute das Wunderbarste von der Welt? Fragte ich spöttisch Also immer noch so patzig Darf man sich erkundigen, ob ein süßes Tortenstückchen Ein so süßes Mädchen milder stimmen könnte? Wir waren genau vor Johannsons Konditorei stehen geblieben Oh, Kaiser Du ahnst ja nicht, was für Herrlichkeiten es dort gibt Und noch weniger ahnst du Wie versessen ich auf alles Süße bin Kurzum Wir landeten in der Konditorei Wo ich in null Komma nichts drei Sahnetörtchen in mich hineinstopfte Natürlich bereute ich es auf der Stelle Und außer meinem schlechten Gewissen Zwickte mich auch noch mein Bauch Dieser Zustand ging aber in echte Verzweiflung über Denn in die Konditorei kam plötzlich Bertil Er kaufte Pfefferminzpastillen Und entdeckte uns nicht auf den ersten Aber auf den zweiten Blick Nicht, dass Bertil und ich einen Vertrag geschlossen hätten Nie mit einem anderen Torte zu essen Aber trotzdem Das Ganze gefiel mir gar nicht Und Bertils düstere Miene nachzuurteilen ihm auch nicht Großlos verließ er die Konditorei Plötzlich wurde mir klar Wie unsympathisch mir dieser Stieg Henningson war Und von dem hatte ich mich einladen lassen Und ihn in meiner Gier sogar schamlos ausgenutzt Das schien ihm freilich nichts auszumachen Er zog sein prall gefülltes Portemonnaie Und zahlte lässig Eine in meinen Augen horrende Summe Dieser verwöhnte Sprössling eines reichen Vaters Voll von Reue, Scham und Torte Verdrückte ich mich recht kleinlaut Und schleppte mich nach Hause Aber die stille Hoffnung Dort aufgemuntert zu werden Hatte leider gründlich getrogen Ganz unerwartet herrschte zu Hause dicke Luft Papa war nämlich von einer Zensurenkonferenz heimgekommen Wo er erfahren hatte Dass Swante, der Unglücksrabe Drei Verwarnungen in drei verschiedenen Fächern Nebst einem dicken Tadel in Ordnung erhalten würde Unser stets friedlicher und geduldiger Papa War richtig sauer Mama echt betrübt Und Swante ziemlich zerknirscht und down Schließlich setzten wir uns alle In düsterem Schweigen an den Tisch Als Alida mit den Bratwürsten kam Blieb auch ihr die Sprache weg Sie schielte nur verängstigt und misstrauisch Von einem zum anderen Und verschwand sofort wieder in ihrer Küche Es war wie eine Erlösung Als klein Monika plötzlich laut und energisch rief Ihr sollt reden Alle sollen reden Alle auf einmal Das gelang uns zwar nicht auf Anhieb Aber immerhin lösten diese Worte Dem Sünders Swante die Zunge Und er zitierte aus Puh der Bär Jedoch sagte er und sein Gesicht hältte sich auf Hatten wir in letzter Zeit kein Erdbeben Mama fing an zu kichern Und da schlich sich auch ein Lächeln auf Papas strenge Miene Und wir alle tauten auf Prusteten los und widmeten uns Alidas Bratwürsten Denen ich dank der Tortenstücke allerdings nicht die gebührende Ehre erweisen konnte Nachdem wir etwas später die Kleinen ins Bett gebracht hatten Lud Papa uns ins Kino ein Inklusive Swante Obwohl das, wie er sagte Gegen alle Vernunft und Moral sei Dass Swante hoch und heilig Besserung gelobt hatte Beeindruckte Papa allerdings nicht sonderlich Er sagte Du gehörst zu den Sündern Die glauben es genügt Eine halbe Stunde vor dem jüngsten Gericht Ein bisschen in der Bibel zu blättern Dazu grinste Swante nur halb verschämt und halb spitzbübisch Und dann wanderten wir los Um uns die neueste amerikanische Slapstick-Komödie anzusehen Wir sind gerade wieder nach Hause gekommen Der Film war irre komisch Ich liebe Filme, in denen mit Sahnetorten geschmissen wird Für meinen Geschmack gibt es die viel zu selten Jetzt hältst du mich bestimmt für kindisch Aber ich werde dir gleich beweisen Dass ich durchaus ernst zu nehmen Und für mein Alter schon recht erwachsen bin Ich habe mich nämlich in diesen Tagen Auf Stellungssuche gemacht Und das kam so In der Zeitung stand eine Anzeige Dass eine Schreibmaschinenkraft für Nebenarbeit An den Abenden gesucht wurde Es war ein neu eröffnetes Schreibmaschinenbüro Das inseriert hatte Du fragst mich doch nicht Warum ich auf diese Idee gekommen bin, oder? Natürlich, weil ich Geld verdienen will Kaisa Ich hasse es, kein Geld zu haben Aber eins ist ja klar Wenn in einer Familie fünf Kinder sind Kann das Taschengeld nicht besonders üppig ausfallen Glaub ja nicht, dass ich undankbar bin Ich denke wirklich oft an die vielen armen Kinder in der Welt Die nicht mal das Wort Taschengeld kennen Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es tausend Dinge gibt Die ich gern haben möchte Mama sagt immer Und sicherlich hat sie recht Es gibt nichts Schlimmeres als dieses ewige Haben-Wollen Und man ist am zufriedensten und glücklichsten Wenn man nicht ständig das haben will, was man nicht haben kann Ich gebe mir auch die größte Mühe Ohne Maulen genügsam zu sein Und meistens geht es auch einigermaßen Als ich aber die Anzeige in der Zeitung sah Packte mich die Haben-Wollen-Krankheit wieder Schließlich habe ich ja einen Schreibmaschinenkurs hinter mir Und ich war mir bestimmt eine strenge Lehrerin Hier war endlich meine Chance Mein Lehrgeld in Bad zurückzubekommen Und außerdem würde ich mir wohl die hellblaue Bluse kaufen können Die ich so dringend brauchte Wie ich mir einbildete Ohne jemandem etwas von meinem Plan zu verraten Ging ich nachmittags in dieses Schreibbüro Eine Dame mit der Mine eines Generals Und einer Warze auf dem Kinn empfing mich Sie schreiben perfekt Maschine, Fräulein? Fragte sie und sah mich dabei sehr misstrauisch an Oh ja, durchaus, perfekt Antwortete ich selbstbewusst Und versuchte auch perfekt zu wirken Schreiben Sie hier eine Probe Befall die warzige Dame Und wies mir einen Platz an einer Schreibmaschine an Sie machte Kehrt und ging in das Nebenzimmer Ich schritt ans Werk Du weißt, wenn man Maschine schreibt Sollen die Finger auf der mittleren Buchstabenreihe der Tastatur ruhen Und von dort aus kleine Ausflüge nach oben und unten unternehmen Die Augen sollen nur den Text lesen Und nicht auf der Tastatur umherirren Die Finger müssen von allein wissen, wo sie hingehören Es gelang mir aber, ohne dass ich es bemerkte Meine Finger an der oberen Buchstabenreihe zu platzieren Und ich begann zu tippen, als gelte es das Leben Ich hoffte, dass die Tante im Nebenzimmer mich hörte Und voller Anerkennung feststellte, dass ich loslegte wie ein Maschinengewehr Nach einem Weilchen sah ich nach, was ich geschrieben hatte Und auf dem feinen, weißen Papier stand das folgende niederschmetternde Resultat meiner Bemühungen Niemand soll an meinem Grabe sagen können Ich hätte nicht gewusst, wenn eine Schlacht verloren ist Ich sah ein, dass der Zeitpunkt für einen geordneten Rückzug gekommen war Und schlängelte mich durch die Tür Ohne die Zeit mit einem überflüssigen Auf Wiedersehen zu vergeuden Hinterher bereute ich es allerdings, dass ich versäumt hatte Mir das Gesicht der Warzendame anzusehen, als sie meine Schreibprobe kritisch musterte Inzwischen habe ich eingesehen, dass ich erstens die hellblaue Bluse überhaupt nicht brauche Und dass es zweitens idiotisch ist, sich Abendarbeit aufzuhalsen Wenn unsere Lehrerinnen uns nie arbeitslos werden lassen Außerdem habe ich schon eine Nebenarbeit Dank Alida Alida beantwortet nämlich Heiratsanzeigen Und als sie einen Abend lang über eine Antwort geschwitzt und doch nicht mehr zustande gebracht hatte als Ich bin ganz dick und interessiere mich für alles Mögliche Dann kam sie in ihrer Not zu mir Zuerst musste ich einen heiligen Eid schwören Niemandem in der Familie davon auch nur ein Sterbenswörtchen zu erzählen Dann rückte sie mit ihren Wünschen heraus Arme Alida, nun ist sie bald 40 und eine fröhliche und mütterliche Natur Die wirklich ein eigenes Heim verdient hätte, statt sich hier bei uns abzurackern Ja Sie hat jetzt beschlossen, dass Wir beantworten also ununterbrochen Anzeigen Zur Zeit liegen wir sowohl mit einem Gläubigen Mann mit eigener Bettwäsche Als auch mit einem Der das Leben erprobt hat In Verhandlungen Mir liegt der mit der Bettwäsche mehr Aber ich habe das Gefühl Der, der das Leben erprobt hat Macht tieferen Eindruck auf Alida Er schreibt, dass ihn In all den langen Jahren, die nun leer dahin gegangen sind Eine wilde Sehnsucht nach einem netten kleinen Frauchen gepackt habe Mit der man am warmen, häuslichen Herd süß zwitschern kann Und Alida brennt vor Verlangen Endlich mit dem Zwitschern zu beginnen Gewisse Anzeichen deuten jedoch darauf hin Dass er, der das Leben erprobt hat Es so gründlich getan hat Dass er nicht sehr gnädig zu der sein wird Die in Zukunft mit ihm zwitschern soll Ich tue also, was ich kann Um Alida auf andere Gedanken zu bringen Und ihren Sinn auf den Gläubigen zu lenken Mach's gut Deine Britt Marie 17. November Kaiserlein Ich möchte gern wissen Wie so ein Abend wie heute wohl in Stockholm aussieht Funkelnde Leuchtreklame Menschen, die in den Vorhallen der Kinos Und in den Restaurants hin und her wogen Strahlende Schaufenster Voller verlockender Dinge Ist es nicht so? Und möchtest du wissen, wie es bei uns aussieht? Das lässt sich mit einem einzigen Wort sagen Trist Gegen Abend ging ich in Regencape und Gummistiefeln spazieren Der Regen schüttete herunter und die Straßenlaternen leuchteten melancholisch im Novembernebel Zuerst guckte ich bei Anastina rein Um mich bei ihr durch einen kleinen Plausch aufzumuntern Aber sie war leider zu ihrer Tante gegangen Dieser dumme Einfall von Anastina brachte mich ganz durcheinander Und ich zog wieder in das Schmuddelwetter hinaus Oh, düsterste aller Düsternisse Unsere Hauptstraße an einem regnerischen Novemberabend Nicht mal eine Katze ist zu sehen Sofern man nicht Polizist Andersohn zum Katzengeschlecht rechnen will Da ging er in seiner Regenkapuze und sah direkt schwindsüchtig aus Alle Schaufenster waren dunkel Nur im Schaufenster von Magnusohns Kleiderladen brannte Licht Da standen ein paar Schaufensterpuppen mit betörendem Lächeln Und hielten sich wohl in den Modeschöpfungen Mit denen Herr Magnussen sie behängt hatte für unwiderstehlich Aber ich weiß nicht Jedenfalls stimmt Herrn Magnussons Ansicht von wahrer Eleganz Nicht mit meiner überein Nachdem ich das betrübt festgestellt hatte Ging ich in Johannsons Konditorei in der Hoffnung Dort einen verständnisvollen Menschen zu treffen Der mir helfen könnte Die Welträtsel nicht allzu schnell zu lösen Jedenfalls nicht, bevor es aufgehört hatte zu regnen Offengestanden war es Bertil Den mein spähendes Auge suchte Ich habe ihn lange nicht gesehen Und hatte große Lust ihm zu sagen Dass ich mir aus Torte gar nichts mache Leider war er nicht da Unübersehbar da waren aber Stig Henningson und Marianne Uden Als ich sie sah Musste ich an die Worte eines alten dänischen Herrn denken Den ich kenne und der über ein junges Paar in unserer Bekanntschaft einmal gesagt hat Sympathisch sind sie ja nicht gerade Aber sie passen wenigstens zusammen Und das war bei Stig und Marianne der Fall Wie sie da gleich lässig, gleich gut gekleidet und gleich hochmütig an ihrem Tisch saßen Ich nickte ihnen im Vorbeigehen zu und ging wieder Draußen konnte ich aber das Novemberwetter einfach nicht mehr aushalten und stapfte nach Hause Oh, du gemütlichste aller Gemütlichkeiten Die Familie versammelt um den Ofen im Wohnzimmer Maiken hatte uns Tee und lecker zurechtgemachte Brote gemacht Und Papa las aus Shakespeare vor Dann stimmten wir gemeinsam einen Kanon an Willst du, willst du, willst du, willst du Mit in den Wald Aber ja, ja, ja Aber, aber, aber Ja, ja, ja Natürlich will ich mit in den Wald Nicht bei diesem Wetter Sagte Jerka, als wir zu Ende gesungen hatten Und ich glaube, wir alle fühlten uns am wohlsten zu Haus Anschließend brachten wir Monika zu Bett Zuerst protestierte sie und verlangte, wir sollen noch ein bisschen mehr singen Aber bald saß sie doch in ihrem weißen Bettchen Und als sie ihr Abendgebet sprach, sah sie aus wie ein Engel Sie bat den lieben Gott, Mama und Papa und Maiken und Britt-Marie zu behüten und zu beschützen Zwante und Alida und sogar Jerka Auch wenn er mich vorhin an den Hahn gezogen hat Und mich behüte bitte auch Schlaf gut und träum schön, sagte Mama zu ihr, bevor wir gingen Ah, Mama, sagte die Kleine Ich habe ja schon letzte Nacht etwas so Schönes geträumt Aber ich habe es gar nicht verstanden Es war wohl für Kinder verboten Als wir alle lachten, war sie sehr beleidigt Wir setzten unser gemütliches Beisammensein fort Mama wurde ganz ausgelassen Ich wünschte, du könntest sie einmal sehen Wenn sie sich vor Papa postiert und nach einer lustigen Melodie singt Oh, warum hast du mein Herz genommen? Oh, warum hab ich dich nur bekommen? Oh, warum kann deine Lieb nicht länger brennen? Oh, warum willst du mich nicht mehr kennen? Alte Nern, sagt Papa Und sieht sie mit diesem besonderen Blick an Den er nur für sie hat Ein sehr zärtlicher und gleichzeitig ein klein wenig nachsichtiger Blick ist das Dann fing Mama an, aus ihrer Jugend zu erzählen Ich meine natürlich ihre frühe Jugend, bevor sie Papa kennengelernt hat Unter anderem erzählte sie, wie sie während ihres England-Aufenthalts im Zug nach Oxford saß Damals war sie ungefähr 20 Jahre alt und reiste mit einer schwedischen Freundin Den jungen Damen gegenüber saß ein Herr und las in der Times Der Kerl sieht nicht übel aus, sagte Mama impulsiv, wie stets Und fest davon überzeugt, dass im Abteil niemand Schwedisch versteht Er scheint mir nur reichlich selbstbewusst zu sein, fuhr sie fort Der typische Engländer, der nur England gelten lässt Sieh doch nicht immer zu ihm hin, flüsterte die Freundin Sonst merkt er noch, dass wir über ihn sprechen Nein, nein, ich beobachte ihn doch nur ganz diskret Und außerdem liest er in seiner Zeitung Der hört und sieht nichts Worauf Mama und ihre Freundin nicht nur sein Äußeres in allen Einzelheiten Sondern auch seine mutmaßlichen seelischen Eigenschaften durchleuchteten Mama hatte auf dieser Englandreise stets einen Pelzkragen Eine sogenannte Boa bei sich, die sie verabscheute Sie war alt, hässlich und teilweise abgewetzt Und Mama nannte dieses scheußliche Ding Lindwurm Sie hatte diesen Namen gewählt, weil es sich wie ein Lindwurm Der eine gefangene Prinzessin zu bewachen hat, um ihren Hals schlang Und weil er nicht aufhörte, sie zu bewachen Großmutter hatte eigensinnig darauf bestanden, dass Mama die Boa mitnahm Um ihren Hals vor dem tückischen englischen Klima zu schützen Seit dem ersten Tag auf englischem Boden Hatte Mama energische Versuche unternommen, den Lindwurm loszuwerden Sie hatte ihn auf der Straße verloren und im Omnibus vergessen Aber es war nicht möglich, sich seiner zu entledigen Immer erschien eine diensteifrige Seele, die den Lindwurm wieder herbeischleppte Und Mama blieb dann nichts anderes übrig, als sich zu bedanken Als der Zug nun in Oxford einlief, sagte Mama Egal, was Mama sagen wird Jetzt habe ich den Lindwurm endgültig satt Und sie warf die scheußliche Pelzboa ins Gepäcknetz Bleib da liegen und rühr dich nicht vom Fleck Und Friede sei mit dir, sagte Mama und schlüpfte rasch aus dem Zug Ihre Freundin hatte irgendeine Besorgung zu erledigen Und Mama stand ein Weilchen allein auf der Straße und wartete Wer kommt da auf sie zu? Wirklich, der Zeitung lesende Engländer aus dem Zug In der Hand hielt er Mamas Pelzboa Er verbeugte sich sehr höflich und sagte In reinstem Schwedisch Ich finde, sie sollten ihren Lindwurm doch wieder mitnehmen Die kühlen Abende um diese Jahreszeit Es ist gefährlich Für den Hals Und kannst du raten, wer es war? Es war Papa Und Mama sagt, so einen herrlichen Frühling Wie in dem Jahr in Oxford hatte sie noch nie erlebt Und bevor der Frühling zum Sommer wurde Waren Mama und Papa verlobt Zwar hat Mama uns das alles schon früher erzählt Aber wir wollten es immer wieder hören Ich begreife nur nicht, wie es möglich war Dass sie im Zug Papa gegenüber saß Ohne zu wissen, dass es Papa ist Aber Ich wusste gleich, dass ich Mama gefunden habe Sagt Papa Und sieht sehr zufrieden aus Na, das ist doch kein Wunder, dass du Mama erkannt hast Sagt Jerka Das hätte doch jeder von uns getan Nur schade, dass ich nicht im Zug dabei war Ich hätte deinen boshaften Lindwurm mächtig verprügelt, Mama Und was, glaubst du, ist aus dem Lindwurm geworden? Du denkst wohl, er ging einsam und verlassen Irgendwo in einem kleinen englischen Nest Seinem bitteren Ende entgegen? Von wegen Im Gegenteil Es begann eine neue Glanzzeit für ihn Mama trug ihn am Verlobungstag Und anschließend wurde er im Triumph nach Schweden überführt Jetzt liegt er allerdings gut eingemottet in einer Schachtel auf dem Boden Aber in jedem Jahr, am 5. Mai An Papas und Mamas Verlobungstag Kommt er aus seinem Bau Und schlingt sich treu um Mamas Hals Wenn sie und Papa ausgehen Um den Verlobungstag zu feiern Die Uhrzeiger hatten einen tüchtigen Weg zurückgelegt Während wir gemütlich da saßen und plauderten Zum Schluss ging Mama ans Klavier und spielte uns etwas vor Sie spielt wundervoll Es ist mein Traum, einmal so zu spielen zu können wie sie Aber ich weiß, es wird mir nie gelingen Svante tut, was er kann, um mich in meinem Unglauben zu bestärken Er sagt Wenn du spielst, weiß ich nicht, wer mir mehr leid tut Das Klavier oder das Musikstück Ich habe ein Buch, das heißt Leitfaden der Harmonielehre Svante hat auf dem Umschlag einige Buchstaben mit Rotstift verbessert Leitfaden der Harmonie Lehre Kommt der Wahrheit bedeutend näher Versichert mein geliebter Bruder Ich fürchtete, er hat recht Jetzt gehe ich ins Bett Ich will noch ein Kapitel aus David Copperfield lesen Wenn der Sandmann nichts dagegen hat Aber Ich gähne schon Und es wird interessant, wer schneller ist Es gilt ja als Unsitte, wenn Kinder abends im Bett noch lesen Aber es ist herrlich Einfach herrlich Gute Nacht, Kaiser Schlaf gut Und träum nicht für kinderverbotene Träume wie Monika Das wünscht dir eine um dich besorgte Freundin Britt-Marie 28. November Liebe Kaiser Glücklicherweise geht der November zu Ende Ich mag fast alle Monate Nur der November kann mir gestohlen bleiben In englischen Büchern gehen junge Mädchen gern in das schlimmste Wetter hinaus Und lassen sich mit Genuss den Regen aufs Gesicht plätschern Sie bekommen davon einen beneidenswert schönen Tint Aber es muss wohl in England anders regnen Ich habe es ein paar Mal ehrlich versucht Und mir den Regen auf das Gesicht plätschern lassen Aber es wäre gelogen zu behaupten, dass es geklappt hat Statt der Apfelblütenhaut Die ich zu erblicken hoffte Wenn ich zitternd vor Kälte und Erwartung bei der Heimkehr in den Spiegel sah Starrte mich nur ein blau gefrorenes Gesicht an Ich war entschieden und unverkennbar nicht schöner geworden Deshalb pfeife ich auf die englische Methode Und husche geduckt unter dem Schirm wie eine kleine graue Wasserratte So schnell wie möglich nach Hause Selbst in der Schule geht es um diese Jahreszeit nicht besonders munter zu Den ganzen Tag über brennt das Licht Und guckt man aus dem Fenster Lässt sich auch draußen nichts Spannendes entdecken Mir fällt es schwer, mich zu konzentrieren Sind wir gerade bei den Nebenflüssen der Wolga Schweift mein Blick auf der Weltkarte umher Und landet auf irgendeiner gottverlassenen kleinen Südseeinsel Was würdest du davon halten? Zum Beispiel jetzt im November auf Diana Bank im Korallenmeer zu wohnen Dort jetzt herumzulaufen mit nichts als einem kleinen Sarong um den Leib Ich musterte meine Klassenkameradin Und versuchte mir auszumalen, wie sie aussehen würden Wenn sie statt ihres braven Schulkleides Sarongs an hätten Marianne würde bestimmt toll aussehen Und unter den jungen Eingeborenen auf Diana Bank wahrscheinlich großen Unfrieden stiften Aber die kleine pummelige Britta Svensson Kann ich mir viel besser in einem bayerischen Dirndl vorstellen Und Lisa Englund müsste in einem sibirischen Hundeschlitten über die Tundra jagen In einem Wolfspelz gehüllt und mit hohen Juchtenstiefeln an den Beinen Sie ist mehr der männliche Typ Ach ja, was kann man sich nicht alles in der Geografiestunde ausdenken Um die Nebenflüsse der Wolga zu vergessen Aber die Strafe folgt auf dem Fuß Nämlich dann, weil man etwas gefragt wird Und nicht mal den Namen irgendeines Nebenflusses hervorstottern kann Es ist ja nicht gut möglich, Fräulein Lundstrom ins Gesicht zu sagen Dass diese Nebenflüsse einem Totalschnuppe sind Und man lieber von etwas Netteren, zum Beispiel von Diana Bank, sprechen möchte Ihr ehrliches Mopsgesicht würde sich enttäuscht und verbittert zusammenziehen Sie sieht wirklich aus wie ein müder Mops Verwunderlich ist nur, dass sie nie bellt In den Pausen drücken wir uns auf den Fluren herum Falls das Wetter nicht ausnahmsweise so ist Dass wir zumindest, wenn auch fröstelnd, auf dem Schulhof herumstehen können Marianne sucht in letzter Zeit während der Pausen auffallend oft meine Gesellschaft Vielleicht findet sie es ja zur Abwechslung mal ganz nett Mit einer zu reden, die anderer Meinung ist als sie Mit ihrer Idee damals, du erinnerst dich doch, Kaiser Dass wir alle 14 Tage lang nicht mit Britta Svensson sprechen sollten, ist sie baden gegangen Darauf bin ich ein bisschen stolz Übrigens sollte es mich wundern, wenn Marianne tief innen nicht doch ganz nett ist So kam sie neulich und schenkte mir ganz überraschend und ohne Anlass Dichtung und Wahrheit Sehr schön eingebunden Ich war einfach baff Aber du weißt, Kaiser Bücher sind das beste Lockmittel, wenn man mich fangen will Sollte ich einmal gewalttätig werden Und niemand wagt es, sich mir zu nähern Dann braucht man mir nur ein Buch vor die Nase zu halten Und ich werde auf der Stelle zahm wie ein Säugling Marianne hat übrigens bald Geburtstag Ihre Pensionsmutter hat gnädigst eine kleine Feier genehmigt Ein paar von uns sind eingeladen Jungs und Mädchen Ja Bertil auch Wir sind übrigens neulich zusammen spazieren gegangen Und das mit den drei Sahnetörtchen ist endlich aus der Welt Aber wenn wir zusammenhalten wollen Dann wollen wir es doch wirklich Sagte Bertil Und ich stimmte ihm freudig zu Er ist der aufrichtigste und anständigste Junge, den ich kenne Und wenn ich mit ihm zusammen bin Habe ich nur den einen Wunsch Genauso aufrichtig und redlich und wahrhaftig zu sein wie er Er ist viel ernster als die meisten Jungs in seinem Alter Das liegt wohl daran, dass er in seiner Kindheit schon viel Trauriges mitgemacht hat Seine Eltern sind geschieden Und er zog mit seiner Mutter und seiner kleinen Schwester in unser Caf, als er zehn Jahre alt war Sein Vater heiratete sofort nach der Scheidung wieder Aber meine Kinder sollen, falls ich welche haben sollte und sofern ich etwas dazu tun kann, bei ihren Eltern aufwachsen, sagte er Und der Ausdruck in seinen blauen Augen ist so entschlossen und ernst, dass ich ganz rot werde Treu sein ist das Wichtigste, sagt er und das finde ich auch Ist es verwunderlich, dass er reifer wirkt als seine Kameraden? Er muss zu früh das männliche Oberhaupt der Familie sein Glaub mir, er hat ein richtig nettes Zuhause Und ich kenne keinen, der sich so um Mutter und Schwester kümmert wie er Papa sagt immer Dieser Bertil Wittgren Ja, das ist wirklich ein netter Bursche Und dann bin ich komischerweise immer ganz stolz Obwohl ich dazu ja keine Veranlassung habe Du weißt doch Brüste dich nicht mit Bertils Ehre Jeder hat nur seine eigene Das Tolle an Bertil ist, dass er immer etwas zu sagen hat Etwas Richtiges Nicht bloß irgendein Gefasel Ich weiß nicht, wie es bei euch in Stockholm ist Aber hier Ach, was hier alles für Stuss geredet wird, wenn Leute in unserem Alter beieinander sind Das Geschwatze und Getue und Geplätscher Ich sage dir Klar kann es manchmal auch lustig sein Aber trotzdem sehnt man sich oft danach Über etwas Wesentliches zu reden Und nicht nur verrückt zu spielen und herum zu blödeln Die Kunst, eine große Lippe zu riskieren Ist bei uns sehr beliebt, sagt Bertil Aber die Kunst, den Mund zu halten Beherrscht kaum einer Wenn wir beide zusammen sind Bertil und ich Können wir lange schweigen Und auch das gefällt mir Es macht Spaß, mit Bertil herumzustreunen Weil er einen so wachen Blick für alles in der Natur hat Er kennt die Namen vieler Vögel und Pflanzen, von denen ich keine Ahnung habe Er findet Vogelnester, wo ich nur ein wenig vertrocknetes Gras sehe Immer entdeckt er die ersten Schneeglöckchen Und wo ich mich frage, was das für runde braune Klümpchen sind Weiß er, dass es die Visitenkarte eines Häschens ist Na, jetzt wirst du Bertil wohl dicke haben Und deshalb will ich dich mit weiteren Ergüssen über ihn verschonen Und mit einem herzlichen Gruß schließen Deine Britt-Marie Untertitelung des ZDF für funk, 2017